Ihr wollt wissen, ob der Sven noch mitmacht bei dem Special? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin Herr Spielkind und wir spielen heute keine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt zum nächsten Spiel übrig. Übrig, genau. Über, meine ich natürlich. Und das heißt heute, I'm going to die, if I don't eat Sushi. Na dann, viel Spaß und guten Hunger. Ja, hallo! Es geht weiter mit der Trash-Geschichte. Aber Musik ist schon mal geil. Ich finde es witzig. Äh, ach shit, habe ich eigentlich die andere Quelle umgestellt? Moment. Nein, habe ich nicht. Oh, guck mal, da ist das Spiel wieder. Und auch der Sound. Mega! Ja, äh, schauen wir mal rein. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Okay. Aus. Jump. Börst du. Okay. Let's eat Sushi. Sushi. Hey, hey, hey! What the heck? This sushi is too good! Hier Sushi. Fünf Sushi. Why is it so delicious? Oh, yeah! So delicious! I'm going to die, if I don't eat Sushi! The love of Sushi. You love Sushi so much, that you have to keep eating it, or you will die. Eat Sushi, while being careful not to run out of your Inochikochi, which decreases with time. You have to eat a lot of Sushi, or you will die. Sushi! 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 Er kommt auf so ne Idee hier! Doink, 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 doink. Ja, Sushi! I ate it! I ate it! Damn! Sushi is gone again today! Okay. Jetzt mal ganz ehrlich, grafisch, es geht schlechter, ne? Na-da! Na-da! What the hell? Ja, to sushi, weep! Na-da! 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 Oh shit, Basis Pink, yes. Okay, ich muss zum Schwang. Warum kann ich denn heute Souls nicht sagen? Geht doch! Sushi Souls. Geht doch! Okay, schauen wir uns mal die Sau an, würde ich sagen. Also wir müssen durch die Tore unter. About saves. This game is order to save. The progress of the game will be recorded automatically if you force quit the game while saving the save data may be damaged. When quitting the game be sure to follow the steps or screen. Escape. Return to title screen. Quit. This game supports autosave. Save! Cool. Wir rennen mal in die Sau rein. Bam! Ab geht's in die Sau. I'm going to die if I don't eat sushi! Können sich auch echt nicht entscheiden, welche Haarfarbe der Kollege hier hat? Sushi's gonna get today! Sushi! 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 Hey, Sushi! Why is the sound delicious? Oh, yeah! Why is Sushi so delicious? I have no idea, where is the sushi? Sushi! Oh, fucky, fucky! Ähm, Moment, das war, das war falsch. Ich bin tot! In diesem Spiel, die Menschen sterben nicht, sie explodieren, wenn sie kein Sushi essen. Ich werde sterben, wenn ich nicht Sushi essen! Sushi ist zu gut! Ah! Wo ist das nächste Sushi? Wo ist das nächste Sushi? Sushi! Delicious! Ah! So. Wir sind hier. Hier war irgendwo noch. Da ist Sushi. Äh. Holy crap, das ist ja... Das ist ja... Wie soll man das denn schaffen? I'm dead! Holy crap! Leute! I'm going to die if I don't eat sushi! Wer redet eigentlich? Der Typ? Oder die Sau? Da ist auch Sushi! Da ist Sushi! Da ist Sushi! Da ist Sushi! Nicht hängen bleiben! Da ist Sushi! 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 Ein wunderbares Spiel! Man kann die Aussprache des Wortes Sushi üben! Da ist noch Sushi! 15! 16! 17! 18! Und hier! Bäm! I ate it! I ate it! I ate it! I ate it! Yeah! Ihr habt dabei! Ihr habt dabei! Keine Ahnung! Keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie eine Mutter beleidigt habe oder sowas. Tut mir leid. The Store is now open. Okay, es gibt einen Store. Im Store kann man hilfreiche Items sich holen. Und die sind nützlich für die verschiedenen Trials. Jump Skills. Okay, that enhances your actions. Ich kann dann mehr. Ich brauche Gary dafür. Okay. Für jede Stage kriege ich Gary. Verstehe. Da ist der Shop. Ich gehe mal gucken, was ich an Gary habe. Sushi! Ach so ne, das ist komisch. Hallo Shop. Ich habe 127. Ich brauche 150. So viel Scheiße. Ah, Mist. Oh, und es gibt hier, was ist das? Delicious to go sushi. When a player dies, this is automatically and the player can be revived from the middle of the stage. After reviving, the player will be in revive state and the gorge will gradually decrease. Aha. 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 Ich verstehe. Dann, wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt hier. Von der Sau zum Fuchs. Nein, es sind einfach nur zwei Säulen. Leech the Goal. Okay, wo ist das Goal? Ja. Sushi! Es ist zu gut. Du musst mich schuldigen. Ähm. Nein! Ja, das war es dann wohl für dieses Level? Ah, explodieren wir mal ne Runde. Wahnsinn! Ich explodiere, dann gehe ich da. I'm dead. Kann ich wenigstens noch sagen. Oh. Oh. I'm going to die, if I don't eat sushi. Sushi! Delicious! Aber ich muss sagen, bisher ist nichts so schlimm wie... Fuck it! Marino. Da auch Rini, da mein Ding. Da ist Sushi, da ist Sushi. Da darf ich nicht... Das ist ein Vogel. Auf den darf ich nicht rausspringen. Ja, springen. Komm. I die. Okay. Das ist schon... Ich weiß auch nicht, warum ich mir da versuche, selbst ein... Lassen wir das. Sushi! Leute, die kommen auf gesteuerte Ideen und dann gibt es... Sowas hier. Oh? Fuck it. Nein, fuck it! Ich bin tot. Ich werde sterben, wenn ich nicht Sushi esse. Hey, hey, hey! Brunst, er das auch sagt. Das war relativ einfach. Mh! Wf. 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 Was? Da-ding-da-dee! The Jump While In The Air Effect land on the ground. Okay, damit kann ich das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ich muss hier lang. Weil hier ist die... Das klingt so ein bisschen wie... Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So, tell me what you want, what you really, really want. Äh, wo ist mein Sushi? Da ist Sushi, da ist Sushi. Da oben ist Sushi. Da ist Sushi. Sushi. Sushi! Warum ist es so gut? Ich weiß nicht, kommt drauf an. Also, wenn du den falschen Sushi-Meister findest, dann ist es doch gar nicht so gut. Aber das interessiert dich auch nur einmal. Da oben kann ich nicht hoch springen. Da ist Sushi! Sushi, ich brauch dich. Noch mehr Sushi. Holy crap, ey. Ich liebe diese Idee. Hausauto und Sushi essen. Oh, oh, oh. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Ah, verdammt. Es war knapp. Ich hätte fast den Sushi noch gekriegt. Das Sushi, das... Da war Sushi. Bam. Ich werde sterben, wenn ich nicht Sushi essen kann. Wir gehen hier rum, hier rum, wir gehen hier rum und dann... Bam. Ups. Ich will hier rauf. Ich will da rüber. Ich will... Nichts, zweimal drücken. Okay. Es hilft tatsächlich so ein bisschen, dieses Unterkommen. Ah, das schaffe ich. Fehler habe ich gerade schon mal gemacht. Der war doof. Aufs Auto. Dem Sushi. Haben wir noch welche. Da ist Sushi. Oh. Oh. Hihi. Bums. Ich habe schon wieder nicht drauf geguckt, wie viel ich geschafft habe. Eieieiei. I'm going to die if I don't eat Sushi. Zumindest einen liegen lassen. Das ist ungut. Äh, ja, Moment. Diese Richtung. Okay, der war richtig schlecht. I'm going to die if I don't eat Sushi. Sushi! Das ist zu gut für dich. Sushi! Das ist zu gut. Ein Flasger. Ich gehe jetzt mal hier rum. Schneller, 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 schneller. Sushi, Sushi. Sushi! Sushi! Oh Gott! Sushi, es ist zu gut. Oh, 26, 27. Wo ist der nächste Sushi? Sushi? Oh, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Und den kriegen wir auch noch. Oh, komm, 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 komm. Ja! I ate it! I ate it! I ate it! Sieht man gar nicht, dass ich so viel gegessen habe. Ja, dabei! 5 Minuten noch. Das ist tatsächlich relativ... Also Minarinho trifft den Moment, übertrifft nichts, weil das... Alter, das war schrecklich. Aber der hier... Ich muss ehrlich gestehen, der ist ein bisschen eher nervig als... Das ist wirklich... Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Ich werde sterben, wenn ich Sushi nicht esse! So, da ist Sushi. Wir holen uns nur 8. Einzel Red Clam. Und das muss ich 8 Mal machen. Sushi ist zu gut! Ich will jetzt... Sushi... Da ist auch Sushi. Ähm... Sushi. Sushi. Hey! Sushi! Das klingt so lecker! Ich hätte doch gerade hier noch Sushi gesehen. Hey! 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 Was ist das denn? Der Sushi ist schrecklich! Okay. Wo ist... Nächste... Da hinten ist einer. Dann gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Was ist da hinten? Oh, jetzt weiß der Balken... Nicht... Ähm... Der schwere Teil ist jetzt gerade. Da hinten ist wieder einer. Dann rennen wir da mal hin. Und... Ah, schade. Also 6 von 8 war schon mal nicht schlecht. Ach, ja. Hm. I'm going to die if I don't eat sushi! Oh, mein Gott ist das gescheit! Oh! Geld... Grünes Sushi nix gut. Nix gut für die Mamoska. Ich kriege ich. Ich kriege ich. Ich kriege ich. Ich nehme noch auf den Weg mit. Da hinten hin. So. Weiter, 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 weiter. Ach nee, da nicht. Weiter in die Stadt kommen. Die Richtung ist gut. Zack, zack. Seid ein. Fünf. Da ist die Nummer... Sechs. Hier hinten durch. Oh, nicht am Container hängen bleiben. Nochmal Sushi. Wo ist das nächste Sushi? Da hinten sind sie. Och komm, das war beim Essen. Das ist schwer, die wirklich ausfindig zu machen. Zack, da durch. Da lang, da lang. Nicht das Grünes Sushi essen. Verdammt. Das Grünes Sushi essen. Da lang. Dort lang. Ja, weiter, 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 weiter. Du schaffst das. Zack. Sushi. Sushi. Hey, hey, hey. Was ist das hier? Sushi. 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 Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Spring, nein. Äh, spring. Oh, rauf. Ja. Da. Wir müssen auf den Profi. Da rum. Da lang. Dort. Tag. 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 Sechs. Sehen. Nehmen. Nehmen. Hier lang. Da durch. Wo ist der letzte? Da hinten in die Richtung. Ah, komm. Nein. Oh Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon, ey, ich bin jetzt, weil ich an der Laterne hängen geblieben bin, habe ich es verkackt. Das wäre echt übel gewesen. W-W-What the hell? Sushi ist gut, kannst du nicht machen! Was sagen die da? What else, Michelle? What else, Michelle? What else, Michelle? What else, Michelle? Okay. Da bin ich falsch. Oh. Die kann mich da hoch. Okay. Muss ich überhaupt da hoch? Was ist das? Fast jump while in the air effect. A small tornado is generated at your feet. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da kann ich hoch springen. Okay. Okay. Ich muss erst mal überhaupt das lösen. Was ist hier? Luxury sushi restaurant purchase. Ah, haben wir nicht. Den anderen haben wir vorher nicht geholt. So, wo ist die Nummer 4? Wir suchen. Da ist sie. Ich werde jetzt noch mal die Nummer 4. Ich werde sterben, wenn ich nicht Sushi esse. Ich werde sterben, wenn ich nicht Sushi esse. Sushi ist zu gut. Ah! 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 Da sind Geister. Hi! Sushi! Es ist zu gut. Impossible! Oh yeah! Okay. Komm. Fertig! First try! Das ist doch ein super Punkt, um aufzuhören mit... I'm going to die if I don't eat sushi. Ich hoffe es hat euch genauso wenig gefallen wie mir. Sehr seltsam. Also... Ich sag mal... Ne. Ähm... Aber... Die Musik ist geil. Tschüss. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit diesem Junggesellenabschiedsspezial weitergeht, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Und... Wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr ein Like oder einen freundlichen Kommentar da lasst. Und damit... Käffchen! Tschüss! Applaus